Mark Weiss fordert Rennfahrer aus aller Welt zum großen Grand Prix von Spanien heraus. Sie müssen 52 Runden fahren. Es gibt viele Korben und zwei lange Geraden. Dann ruft der Sprecher alle Fahrer an den Start. In der ersten Runde steht Paul Gwaza aus Polen vor. Die 49. Runde ist turbulent. Mike Fernandes muss sich sogar mit Teamchef Halbz-Loberberg im Team-Radio unterhalten. The End Die 49. Rundf-Loberberg im Team-Radio in 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 Team-